Musik Geht? Läuft? Ja, hallo erstmal. Eigengesetzt werden genau machen wir die Tür geschlossen. Dann gewöhnen wir uns ein bisschen an die hitzige Atmosphäre. Ich freue mich ganz besonders neben den arbeitenden Medien hier unseren... Auch große Unternehmen, Weltunternehmen. Herr Müller erkundigt sich da mal, was uns helfen würde, Herr Müller. Herr Müller, kann ich leider nicht mit Ihnen. Zum Schluss dann noch vielleicht eine Bemerkung, weil der Herr Müller hat ja auch mal wieder ein Interview gemacht mit Herrn Müller. Der Herr Müller hat seine Arbeit gemacht. Da fragt dann der Herr Müller nach. Bitte, Herr Müller. Hat sich denn, danke, hat sich denn der... Ja, ich muss da ein bisschen lachen, ne? Aus dieser Saison wollen wir raus und wir wollen eine stabile Saison spielen. Weck mich doch am Arsch. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich den Faden verloren durch diese Dunkelheit hier im Raum. Nuri steht tendenziell gut auf dem Bein, aber natürlich auch ein bisschen schief. Oliver Müller hinten auf dem Podium. Das ist ein ganz anderes Thema, eigentlich auch nicht so wichtig. Ich fand es nur auffällig und etwas lustig. Wir haben ja in den früheren oder vorherliegenden Jahren, wo auch der Fußball sehr, sehr stark penetriert worden ist. Obwohl die Penetration auch geübte Praxis ist. Ja, aber es ist ja okay. Das ist gar nicht so schlecht. Könnt ihr sein, dass ausnahmsweise diese Frage nach den Finanzen heute nicht kommt? Muss er doch noch einmal zu den Finanzen nachhaken? Bitte, ja. Ich gebe jetzt die Antworten, die Fragen selber. Und wir sind natürlich heiß wie Frittenfeld. Dann danke dir für den Moment, Rafa. Dankeschön. Dankeschön. Danke.